Mein Name ist Malik Miller. Dank dem Fashion-Spezialisten an der STF habe ich jetzt die Möglichkeit, international als Designer zu arbeiten. Ich lasse mich vor allem inspirieren aus dem Alltag, aber ich versuche es so wenig wie möglich zu suchen. Ich finde, Mode ist einfach für eine andere Art, wie sich eine Person auszudrücken kann. Durch die STF konnte ich eine Chance ergreifen. Es ist einfach eine Chemie, die einen unterstützt und hilft. Ich melde dich jetzt für die Weiterbildung als Fashion-Spezialist an der STF an und starte deine Karriere in der Modebranche.